. 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 Weiß ich noch nicht genau. In Edmonton, mit meiner Familie, gehe ich jedes Jahr zurück, um die Weihnachtszeit mit ihnen zu spüren. Auf vacation. Und wir wissen es noch nicht. Ich bin am 22. Dezember geboren und ich denke, meine Frau möchte eine Überraschung für meinen 30er Geburtstag machen. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich mit meiner Familie oder mit einigen Freunden sein werde. Zuhause, mit der Familie, im engsten Familienkreis. Dieses Jahr, ich war mit meiner ganzen Familie in Paris und wir sind vielleicht 30 in meinem Haus. Sehr große Familie. Ein bisschen von allem sage ich mal, also traditionelle Küche, einmal aus Kamerun, deutsche Küche, persische Küche auch, auch ganache. Ein sehr, sehr leckerer Mix. Es gibt viele. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher. Ich bekomme nichts, was meine Mutter für uns macht. Es ist nicht wirklich ein traditionelles Weihnachtsfeier. Traditionelles aus Liberia. Sie machte nur, was wir alle lieben. Das ist Reis mit Fisch, eine Spezialität von Senegal. Und ich liebe das. Wir switchen immer wieder. Manchmal ist meine Mutter, sie hat alles vorbereitet. Und manchmal ist es alle von uns. Meine Frau gibt die Anweisung und ich vollende dann. Usually we have like turkey, like all the, I think the normal stuff. Wir versuchen da schon immer ein bisschen zu zaubern. Egal ob Rinderfilet mit Kartoffelbrei oder andere Dinge. Aber wir geben da uns schon ein bisschen Mühe. Probably the gingerbread man. Ja, I have no idea. I can eat everything, you know. Meine Schwester macht immer einen Ananas-Kuchen. Ich mag sehr gerne Kipferl. Vanille-Kipferl auf jeden Fall. Also die sind auch relativ schnell weg. Von Buna Saar würde ich gerne Plätzchen essen. Weil der geht gerne ins Restaurant. Der ist so ein kleiner Gourmet. Der wird sich Mühe geben, glaube ich. Das ist so ein kleiner Gourmet. Ich mag hier. Das ist so ein kleiner Gourmet. Ich mag hier. Ich mag von Fonzie. Ich mag von Fonzie. Der ist ein kleiner Gourmet und ein anderes Salz. Ich mag von Fonzie. Also würde ich sagen Fonzie. Kann ich das machen? Ja, was ist das? Ich mag hier? Oh. Thomas Müller. Ich mag natürlich his Christmas cookie. Wenn er von Fonzie macht. Thomas Müller ist immer der Typ, der sagt, man muss viel Vitamins und Vegetarier essen. Also wenn er einen Kuchen macht, würde ich denken, dass er vielleicht ein paar Vegetarier in die Seite setzt. Das wäre nicht so schön. Ich glaube, Harry Kane mit der Familie würde ich als vertrauenswürdig einschätzen. Ich denke, ich werde den Kuchen von King essen. Schupu? Als weniger vertrauenswürdig gibt es schon einige. Also ich glaube, Serge würde ich ein, zwei Mal nachfragen, wie er die wirklich gemacht hat und so. Ich werde vielleicht nicht den Kuchen von Serge. Dann Jamal. Wahrscheinlich Jamal. Darum würde ich jetzt auch nicht unbedingt vertrauen, ob er weiß, ob Zucker, Salz oder was er da drin hat. Mein Lieblingsweihnachtsfilm ist Kevin Nye Zuhause. The Grinch. Maman, j'ai raté l'avion. Kevin allein zuhause. Pomelan. All Pomelans. Den schmückt meine Frau sehr, sehr gerne mit meinem Sohn und auch meiner Tochter. Ich mache da so ein bisschen mit, aber die sind da wirklich into. Ich bin jetzt noch ein Weihnachtstück. Ich nehme einen heute und werde ich den Weihnachtstück gekozen. Mein Freund wird es gekozen. Natürlich mache ich das mit meiner Frau und meinen Kindern. Da sind die Kinder immer voll eifer dabei und hängen die Sachen Vogelwild hin. Und meine Frau versucht dann wieder ein bisschen Ordnung zu machen. Es gibt viele Kinder. Da sind mir zuhause und sie machen immer gerne. Und das ist meine kleine Schwester und mein kleiner Bruder. Manche können es echt nicht hören und es läuft dann hoch und runter. Aber Last Christmas finde ich schon sehr, sehr schön. Das ist die Weihnachtstück. Das ist die Weihnachtstück. Das ist die Weihnachtsmachtung. Fonzi, ich glaube, der kann ein bisschen singen. Und ich glaube, dass er ganz gerne singt. Rappen kann er auf jeden Fall sehr gut. Minjay packe ich mit rein, weil ich will es international haben. Den Thomas nehme ich mit, er will wahrscheinlich direkt dirigieren. Fonzi, Thomas, Minjay, ich. Plus den Nuss nehme ich noch mit. Ein bisschen marokkanischen Flavor. Ich, Delecht, Jamal, Leroy, und Mazraoui. Weil ich denke, dass wir alle schönste Sprüche haben, wenn wir singen. Ich würde sagen, Fonzi, ich denke, er wird ein guter Singern. Thomas Müller, für sicherlich. Er ist immer die lustige Dinge, er will er immer noch machen. Nuss, Nusser Mazraoui, ich denke, er kann auch ein guter Singern sein. Und Joshua Kimmich, auch. Ja, ich denke, ich kann alle französischen Leute nehmen, Mathis, King, Dayo und Buna. Und wir können immer gut sein. Fonzi. Fonzi. Das ist überragend. King. Buna. Buna. Thomas vielleicht. Thomas vielleicht. Thomas vielleicht. Thomas vielleicht. Also Fonzi muss rein. Over the hills we go. Schon allein wegen der Performance. Jamal. Das ist auch immer sehr musikaffin. Dann vielleicht Josh, der sehr ingbrünstig singen wird zusammen mit Serge. Und ich würde mich auch anschließen, weil ich glaube, ich auch ein guter Backgroundsänger bin. Also wenn Fonzi die Vorarbeit vorne macht. Ich kann mich jetzt nicht an ein spezielles Weihnachten erinnern, aber eigentlich war jedes Weihnachten schön. Weil natürlich, man hat immer das eine oder andere Geschenk bekommen, man ist mit der Familie zusammen gewesen. Mein Lieblingschränkmaler von meiner Kindheit ist wahrscheinlich in der Schule, wenn ich Gingerbread-Cookies gemacht habe. Und mit der Familie zusammen mit dem Essen, mit dem Essen essen und einfach Spaß zu haben. Es ist ein großes Geschenk zu haben. Jedes Jahr wirst du das. Aber natürlich wirst du auch für mein Geburtstag. Es war sehr lang, dass ich ein Jahr für ein Geschenk zu warten habe. Ich war mit vielleicht zehn Jahren. Ich habe ein sehr gutes Geschenk bekommen. Das war ein Auto, und ich war sehr, sehr zufrieden. Harry auf jeden Fall hat einige Kinder. Jamal. Er ist der jüngste, ich glaube, Jamal hat die größte Weihnachtsmusküge. Franz, wieder schön. Matthies Tell, weil er noch sehr jung ist, also er wird viele Päsenten bekommen. Ich denke, ich muss den Thomas Müller nehmen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, deswegen, aber gut. Josua Kemisch oder Thomas Müller? Thomas Müller, für sicher. Wir können Thomas nehmen. Ja, ich denke, die Kinder lieben ihn. Ich glaube, Manu könnte das schon echt gut machen. Also, klar, jetzt kein Bart, aber ich glaube, von seinen Pranken und seinem Auftreten, glaube ich, könnte er das gut machen. Ich. Ja. Ich bekomme keine Weihnachtsmusküge. Ich bekomme nur Karten. Also, ich denke, eine der Weihnachtsmuskarten für meinen Vater war sehr speziell. Wenn ich sechs Jahre alt war, hatte ich eine Nintendo und ich war sehr glücklich mit dem. Ich erinnere mich, sehr glücklich. HiFi-CD-Anlage habe ich damals geschenkt bekommen und da habe ich mich riesig gefreut. Ich glaube, meine Eltern nicht, weil danach wurde es lauter im Haus. Aber ich habe mich riesig gefreut darüber. Das war ja ein kleines Auto. Und ja, ich werde das nicht vergessen. Ich nehme Ole und Manu. Ich weiß, dass sie gut werfen können. Direkt Sieger-Team. Safe. Leon Goretzka. Vielleicht kann er sehr hart schlafen. Probieren wir uns. Probieren wir uns. Das ist zu schnell. Leon Goretzka und Harry Kane. Ich nehme Fonzie, weil ich glaube, niemand kann ihn treffen. Und Buna, ja. Ich glaube, die Torhüter sind da ganz weit vorne beim Werfen und vielleicht sogar beim Abfangen von den Schneebellen. Deswegen, klar, Manu und Dani. Ich glaube, die würde ich mit in mein Team nehmen und ich glaube, wir wären auch unschlagbar. Ah, mit Leroy. Leroy, Serge. Leroy, Serge. Top, danke. 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 Tschüss. Te歌. Gl所以呢. Tschüssi. Kannst Ihr guesses? Versp ... Untertitelung des ZDF, 2020